Zwei, eins, Herzlich Willkommen meine Freunde, heute nicht alleine, sondern mit dem Regenbogenweihnachtsmann. Dem Regenbogenweihnachtsmann? Bist du denn so etwas? Leon ist dabei! Birnsack. Wow, du warst lange nicht mehr auf meinem Kanal. Ich war auch lange nicht mehr irgendwo. Ich weiß. Und wir haben heute den 3. Dezember und die Map heißt Leon, wie heißt die denn? Weiß ich nicht, warte. Winterlandschaft, außerdem ist heute auch der erste Advent. In die frostige, ach stimmt. Ja. Ja, komm, springen wir in die frostige Zeit. So. So, viel Erfolg beim Springen. Didi HD, okay. Nein, da stand Didi HD. Als ob ich das verkackt habe. Das ist schon peinlich. Oh, ich bin runtergefallen. Beim letzten Sprung. Also Leute, die Map habe ich schon heute einmal gespielt. Oh Gott, ich habe schon wieder verkackt. 16 Minuten habe ich da gebraucht. Und hatte glaube ich 18 Fails. Also, falls ich zu schlecht bin, das liegt daran, dass ich schon seit über, was weiß ich, vier Monaten oder so kein Mal Craft mehr gespielt habe. Ich habe auch noch ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar neigt sich ja langsam das Jahr zu Ende. Und was spielen wir? Natürlich unser Lieblingsspiel. Vielleicht. Was ist denn unser Lieblingsspiel? Das ist einer der Fragen, sogar Leon. Ach so. Ja. Mein Lieblingsspiel. Tolle Überleitung, oder? Also, ja, 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 das ist tatsächlich sehr gut gewesen. Äh, wo meinen wir denn jetzt? In Minecraft oder im allgemeinen Spiel? Äh, allgemein tatsächlich. Okay. Ich hatte, also da war auch eine Frage dabei, welche Spielmodi in Minecraft magst du am liebsten? Mhm. Die 2017 erschienen sind. Okay. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was 2017 erschienen ist. Pff, ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, was gibt's denn? Ich glaube, ich kenne sogar nur eins. Ja, dann erzähl mal. Und zwar, äh, auf Revy. Brit spielt das. Äh, war das nicht schon letztes Jahr? Nee. Ja, aber spielst du das gerne? Jo, es geht wahr. Also, wie dauert das Spiel? Sowieso in letzter Zeit gar nicht, aber... Mir dauert das Spiel zu lang. Ja, das stimmt natürlich. Okay, so. Leon, was ist denn dein Lieblingsspiel 2017? Insgesamt. Insgesamt. Okay, mein Lieblingsspiel 2017 ist, glaube ich, Counter Strike. Okay. Ja. Ist das dieses Jahr erschienen? Nee. Es muss dieses Jahr erschienen sein. Ja, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Ich kenne kein Spiel, was gerade erschienen ist und was ich spiele. So, hier ist der Weihnachtsmann außerdem. In der Höhle. Hä? What the fuck? Der Sprung ist unmöglich. Ähm, ich hatte einzig überlegt, dass vielleicht mein Lieblingsspiel Pokémon Ultra Mond sei. Aber dann habe ich gedacht, hä, eins ist es das gleiche wie Ultra, äh, wie Mond. Nur langweiliger irgendwie. Also, doch nicht wirklich mein Lieblingsspiel. Aber ich habe dieses Jahr... Zelda! Zelda habe ich gespielt. Okay. Ich glaube, Zelda ist mein Lieblingsspiel dieses Jahr. Ja. Also, du hast keins von diesem Jahr? Nö, keine Ahnung. In welches Spiel hast du dieses Jahr die meiste Zeit reingesteckt? In Counter-Strike. In Counter-Strike? Ja. Echt mehr als Minecraft? Ja. Aber mit Counter-Strike hast du ja erst so Mitte Sommer angefangen. Naja, angefangen jetzt nicht, aber richtig zu spielen. Ja, ja, weil du gesucht bist halt. Naja. Ja, ja. Ja, doch, würde ich schon sagen, mehr. Tatsächlich. Und ich glaube tatsächlich, bei mir ist es immer nur mein Miene-Craft. Weil, wenn ich bedenke, Skyblock immer oder andere Sachen. Da war das schon weit vorne. Ach, das ist der Weihnachtsmann. Ich habe ihn gefunden. Ja, super. So, hopp. Oh, und wegen dem bin ich jetzt runtergefallen. Sonst habe ich halt noch 150 Spielstunden in Zelda. Ist ja fast gar nichts, ne? Nö. Was hat you really? Habe ich auch richtig gesuchtet. Naja, ich habe insgesamt... Ich glaube in den letzten, äh, in den letzten, was weiß ich, bei drei Monaten, ähm, 200, 300 Stunden ins Counter-Strike gemacht. Also... Ja, das ist wohl kein Hobbys, ne? Ne, hatte ich auch nicht. Okay, bei der Switch habe ich Star-Di-O-Rally 100 Spielstunden. Habe ich dich jetzt eigentlich mal eingeholt? Äh, dieses Gefängnisspiel ist ja auch rausgekommen. Gefängnisspiel? Es, äh, Escapist oder so. Ach so, Escapist, äh, 2. Weißt du, wer online ist? Ja. Der Niklas. Weiß. Der schreibt mir, hab das heute Morgen schon geschafft. Die habe ich auch geschafft, hallo? Wie ist du denn? Arsch. Ähm, ja, was habe ich hier noch? Ähm, welches Spiel willst du dir 2018 kaufen? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Ähm, letztes Jahr kommt da Pokémon für die Switch raus. Cool, das hole ich mir auf jeden Fall. Hallo, du hast keine Switch, hallo. Ja, genau, deswegen hole ich es mir. Aber erst, nachdem ich mir eine Switch geholt habe. Dann holst du dir mal. Also nie. Nie, ach man, sag das doch nicht. Äh, die Xbox X ist ja raus, ne? Mhm. Wie findest du die? Keine Ahnung. Also ich muss schon sagen, Minecraft sah da richtig cool drauf aus. Also das 4K-Minecraft. Mhm, okay. Aber extra nur deswegen, äh, Xbox X zu kaufen, wäre ja schwachsinnig, weil Minecraft für die Konsolen ist eh recht bescheiden, würde ich mal sagen. Und, äh, hä, bist du das? Nee, das bist du nicht. Wo bist du denn gerade hier? Wo bist du denn gerade hier? Wo bist du denn, Du? Äh, ich bin gerade bei so Steintrichtern. Jetzt kommen so Kolben und Sterper. Oh je. Wird mich nicht hier noch angeschrieben, wird man hier. Oh, je. Ähm. Ja, jetzt hat der mich ein bisschen rausgebracht. Ja, mich auch. Mann, 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 ey. Äh, was hab ich hier noch stehen? Wie feierst du Weihnachten? Ist das Fest der Liebe? Immer noch TS. Mein Gott, ich hab doch TS geschrieben. Äh. Passi. AAA oder AAA? AAA AAA. Alles klar. Och Mann, jetzt verspreche ich mich hier die ganze Zeit. Ich hol die noch ein. Der beste Teams-Bick der Welt. Ich hoffe, er versteht die Abkürzung. Nee, wow, oh je. Weil ich will hier natürlich keine Werbung machen, ne? Ja. K.K. Heißt das kack mich? Kottig? K.K. Och Mann, Leon, wie sollst du denn keine Spiele, die du dir vielleicht nächstes Jahr holen willst? Hallo. Hallo, Niklas. Guten Tag. Willkommen auf dem Nerox-Aid-Team-Splug. Okay. Kann ich ihn helfen? Okay. Äh, ja. Aufnahme, hallo? Ah, hallo, i bims. Niklas, ich hab das ja auch schon heute Morgen geschafft. Wie viel Uhr? Das hat er dir jetzt auch gesagt. Ich glaub, 6 Uhr oder so. Oh, das ist ja spät. Lol. Ja, ich hab Friendly Fire geschaut. Ich nicht. Und du, Leon? Ich tatsächlich auch nicht. Ja, du hast eh Counter-Strike gespielt. Nee, heute Morgen um 6 Uhr hab ich tatsächlich geschlafen. Ich auch. Ich hab heute Morgen um 0 Uhr angefangen. Ich war mit den Ersten. Okay. Niklas, hast du irgendwelche Fragen an uns? An euch? Ja. Ähm. Eigentlich nicht. Wie immer. Wieso Teamspeak? Weil, ich glaube, Leon hat kein Discord. Ach so. Jetzt fangt ihr auch noch an mit Discord. Eieiei. Ja, ich hab auch lieber auf den TS, muss ich sagen. Aber in Discord hört sich die Soundcalli ein bisschen besser an, finde ich. Mhm. Also, das war natürlich. Okay, was haltet ihr vom Simolia-Adventskalender? Äh. Jo, finde ich gut. Ist er euch zu schwer? Hm. Nee, geht. Nee, nee. Also, die sind wir jetzt nicht. Naja. Die davor auch nicht. Ja, die davor hat halt einen scheiß Schwung. Jo. Naja. Also, für mich ist das Ganze schon schwer. Mhm. Wie weit bist du, Leon? Äh, ich bin gerade... Wo sehe ich denn, wie weit ich bin? Ja, äh, beschreib mal den Ort. Äh, da sind so Holzblöcke. Nein, wirklich. Doch. Ähm, ich bin so am Rand der Map gerade. Niklas, hast du Platin geschafft? Ja, locker. Ja, locker. Ach, Mann. Wie viel ist es geschafft? First Try. 9 Minuten 30. Oh, ich hab first try, ähm, 16 Minuten geschafft. Mhm. Mit 18 Fails. Hätte mehr. Und ich hab jetzt schon 26 Fails. Ich hab schon 89. Und ich hab jetzt schon 80. Hm. Ich ist gut. Oh, Mann. Hier bin ich runtergefallen. Oh. Oh, Mann. Jetzt werde ich ja noch angeschrieben, sag mal. Ich bin's nicht. Einfach nicht antworten. Ich stöpse nur an. Ja, ingame. Stöpse auch ingame. Ja. Okay. Okay. Ey, Niklas, ich glaube, ich muss den Weihnachtsmann in eins doch noch holen. Du musst das Jam 1 finishen. Ich dachte halt, am Anfang, ähm, gibt es halt Buchstaben, ne? Und da stand dann X. Aber das heißt dann für nicht erreicht. Boah. Oh, ey. Weil ich dachte, hä, heute schon wieder ein Haken? Boah. Kill me. Niklas, hast du ein Lieblingsspiel? 2017. 2017. Ähm. Entscheidung zwischen Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wann kommt dein Odyssey, äh, Stream? Stream? Ähm, mein High-Qu... High-Quantity-Stream. Ja. Wenn ich mal wieder mein PC, äh, ne, wenn ich mal wieder mein Fernseher richtig mache. Okay. Also, eigentlich kann ich das jeher Zeit machen. Nur ich lerne noch ein bisschen. Hast du Zelda eigentlich durchgespielt? Du hast so wenig Spielstunden. Ähm. Also, 100% habe ich nicht und ich, äh, ich glaube, ich muss auch noch, äh, das Schloss machen. Ja, ich muss nur einen Wächter noch machen. Die Wächter habe ich alle. So. Die sind ganz, ganz schnellen Typen. Ja. Dann hatte ich mir keine Lust mehr, weil ich über verdollen habe. Äh, ja, Geiz im Internet lesen. Äh. Alten Geiz. Lea, und hast eigentlich die Frage beantwortet, was du Weihnachten machst? Äh, was soll ich denn Weihnachten machen? Ja, wie ihr feiert, was ihr esst und so. Also, was wir essen, ähm, also letztes Jahr gab es Weißwürstchen mit Sauerkraut. Äh. Also, das ist ja richtig typisches deutsches, ekeliges Essen. Ja. Ich als rein Deutscher esse das nicht. Ich bin, glaube ich, kein Deutscher. Feels bad. Und was gibt es bei dir zu essen, Niklas? Das weiß ich doch noch nicht. Oha. Ach ja, du lebst eh allein, ne? Nein. Nein? Nein, ich hab nur nicht mehr. Ja, du bist ja jünger als wir. Ja, ich bin jünger. Stimmt ja. Und, ja. Uiuiui. Ich hoffe, es gibt eine selbstgemachte Suppe. Und Schnitzel mit Pommes. Schnitzel mit Pommes geht immer so. Schnitzel mit Pommes. Ich glaube, ich muss dieses Jahr sogar in die Kirche. I. W. Ja, meine Cousinen machen Messdiener und Messdiener. Noch schlimmer. Messdiener. Noch schlimmer. Und... Da muss man ja in die Kirche. Wo ich kein Krippenschwähl machen musste. Doch, doch, das hab ich mal gemacht. So was hab ich mir nicht angetan. Ich auch nicht. Vor so vielen Leuten zu sein. Gott. Ich war... Was war ich denn? Ähm, äh... Also. Ich war der Hirte. Oder war ich der Vater? Ich war... Nee, du warst das Kind. Hm, äh... Ich hatte so'n Hut auf. Wann warst du denn das letzte Mal in der Kirche? Ähm, vor zwei Jahren. Nee. Tatsächlich, äh... Warte. Donnerstag. Wat? Ähm, nee, warte. Das ist schon mal in der Kirche. Äh... Warte, ich muss nachdenken. Ja, gut. Weihnachten vor zwei Jahren. Okay. Ich würde sagen, vor acht Jahren. Ja, gut. Ach, nee. Nee, warte mal. Vor drei Jahren ist jemand gestorben. Da waren wir auch in der Kirche, glaub ich. Ach, nee. Kapelle heißt das ja. Boah. Hochzeit war ich auch auf einer. Aber da waren wir, glaub ich, nicht in der Kirche. Hm. Ach, nee, warte. Irgendwann, nee, ich war am 7. Mai das letzte Mal in der Kirche, weil meine Cousinen, äh, Kommunion hatten. Ach, so einer bist du. Ein Katholiker. Ja, schlimm. Ich auch. Ich, Evangelisch, hallo? Aber zumindestens hab ich Philosophieunterricht, also. Ich nicht, so. Weil Philosophie ist viel schöner als Religion. Oh, ich hasse Religion, ne? So langweilig. Religion ist halt so langweilig und Philosophie kannst du wenigstens einen Scheiß dazu sagen. Politik find ich genauso scheiße. Ah. War ich schneller? Och, Mann. Ich hab 16 Minuten und 9 Sekunden. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ähm. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Äh. Geld. Immer. Oh, Leon, da bist du ja schon. Ja? Hinter mir warst du gar nicht. Bin zweimal hier gefällt, als ich hier hoch wollte. Okay. Also, ich wünsche mir eine Apple Watch Series 3. Ach ja, du und deine Apple-Produkte, ja? Ja, ich hab ja nur zu wenige davon. Das heißt, ne Uhr von Apple wär auch mal schön. Ja, das... Natürlich. Häng ich mir am besten an die Wand, weil... Uhr. Ich bin recht bescheiden. Ich wünsche mir ne 100 Euro Handyhülle. Okay, ja. Kann man sich mal gönnen. Ja, stimmt, da hast du mir ein Bild von ihr schickt, ne? Für Instagram-Fotos. Ja. Ist ein Handy ja für überhaupt gut genug. Hä? Ich hab ein 7 Plus, ja. Äh, was für ein Handy? Ja, Apple 7 Plus. Ach so. Hätt's ja auch sein können, dass du ein Galaxy hier oder so hast. Iiiiih, ne, sowas kommt nicht in mein Haus. Wah. Ne, Leon? Du Samsung-Nutzer. Samsung-Beste. Ja, war auf jeden Fall easy. Ich hatte gestern einen Streit. Für dich hat's fast doch gereicht. Du bist gerne herzlich immer wieder mal eingeladen, Leon. Du natürlich auch ne Klasse, aber du bist mir zu gut. Ach so, sorry. Wie auch auf meinem zweiten Konz, dass das nicht auffällt. Na, würde ich sagen, das war's mit dem dritten Advent. Dritten Advent? Hä? Dritten Advent. Ersten Advent. Dritten, dritten Dezember. Dritten Dezember, richtig. Und irgendwie leicht, hören wir die beiden noch irgendwann wieder. Gutes Deutsch, oder? Ja. So, wollt ihr noch was sagen? Nee. Nee. Hey, ich dachte, Leon, du wirst Instagram-Follower. Ach so, ja. Also, hier seht ihr gerade meinen Namen eingeblendet. Da folgt ihr bitte alle. Dankeschön. Ding, 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 ding. Geld kriegt aber morgen, oder? Ja. Äh, ja. Ich glaube, das wird mir dann überwiesen, ja. Äh, nee. Ich bin bescheiden. Ich brauch sowas nicht. Okay. Ich mach noch Werbung. Kauft euch alle ne Switch. Und dann können wir gemeinsam... ...was spielen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.